Sebastian Rohde ist ein deutscher Fußballspieler, der seit der Saison 2014 15. beim Bundesligisten FC Bayern München unter Vertrag steht. Karriere Nach Jugendjahren beim SKV Hähnlein FC Alsbach, SC Viktoria Griesheim und dem SV Darmstadt 98 wechselte Rohde in die Jugendabteilung von Kickers Offenbach. Seit der Saison 2008-09 trainierte er bei den Profis von Kickers Offenbach in der 3. Liga mit und kam in seiner ersten Saison zu zwei Einwechslungen. Zur Saison 2010-11 unterschrieb Rohde einen bis Sommer 2014 gültigen Vertrag beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt, für den er am 21. Januar 2011 bei der 0-1-Niederlage im Auswärtsspiel gegen den Hamburger SV in der Bundesliga debütierte. Sein erstes Bundesligator erzielte er am 23. April 2011 beim 1-1-unentschieden im Heimspiel gegen den FC Bayern München mit dem Führungstreffer in der 54. Spielminute. Zum Ende der Saison 2010-11 stieg die Eintracht aus der Bundesliga ab. Trotz Angeboten von anderen Bundesligisten blieb Rohde bei der Frankfurter Eintracht. In der 2. Bundesliga absolvierte er drei und 30 Ligaspiele, erzielte zwei Tore und trug somit auch zum Wiederaufstieg in die Bundesliga bei. Zur Saison 2014-15 wechselte Rohde ablösefrei zum FC Bayern München, der ihn im April mit einem bis zum 30. Juni 2018 gültigen Vertrag ausstattete. Sein erstes Pflichtspiel absolvierte er am 13. August 2014 gegen Borussia Dortmund bei der 0-2-Niederlage im Spiel um den DFL Zupac ab. Sein Bundesliga-Debüt für den FC Bayern München gab er am 22. August 2014 beim 2-1-Sieg im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Am 5. November 2014 gab Rohde bei einem 2-0-Sieg im Heimspiel gegen die Asrom sein Debüt in der UEFA Champions League, als er in der 81. Minute für David Alaba eingewechselt wurde. Sein erstes Tor für die Münchner erzielte er am 22. November 2014 beim 4-0-Sieg im Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit dem Treffer zum Entstand in der 87. Minute. In der Königsklasse markierte er am 10. Dezember 2014 mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 2-0 beim 3-0-Erfolg seiner Mannschaft über ZSKA Moskau seinen ersten Treffer. Am 22. Mai 2008 gab er sein Debüt im Nationaltrikot, als er mit der U18-Nationalmannschaft in Herne gegen die Auswahlmannschaft der Türkei ein 1-zu-1-Unentschieden erreichte. Am 11. Februar 2009 spielte er in Kosani erstmals für die U19-Nationalmannschaft bei der 1-zu-3-Niederlage gegen die Auswahl Griechenlands. Sein erstes Länderspiel-Tor erzielte er für diese Auswahl am 21. Mai 2009 in Tollen in seinem vierten Einsatz beim 5-zu-0-Sieg über die Auswahl Estlands. Für die U20-Nationalmannschaft bestritt er sein erstes Länderspiel am 5. September 2009 in Pirmasens beim 6-zu-1-Sieg über die Auswahl Südafrikans. In den Kreis der U21-Nationalmannschaft wurde er erstmals für die Länderspiele gegen San Marino und Weißrussland berufen. Sein Debüt für diese Auswahlmannschaft gab er am 14. August 2012 in Offenbach beim 6-zu-1-Sieg über die Auswahl Argentinins. Es folgten die Einsätze am 7. September 2012 in Rostock beim 3-zu-0-Sieg über die Auswahl Weißrusslands und am 6. Februar 2013 in Andria bei der 0-zu-1-Niederlage gegen die Auswahl Italiens. Neben dem Platz seit Ende 2012 engagiert Sebastian Rohde sich als Botschafter des Hessischen Landespräventionsrates und vor allem bei Kindern und Jugendlichen für Gewaltfreiheit. Gewaltfreiheit. Weiterhin sucht Rohde einen engen Austausch zu seinen Fans und interagiert auf verschiedenen Kanälen, um immer auf dem Laufenden zu sein. Im August 2015 wurde zudem die Sebastian-Rohde-App veröffentlicht. Auf diesem Weg wird dem Fan zusätzlicher Mehrwert durch neue Funktionen geboten. Erfolge Eintracht Frankfurt Aufstieg in die Bundesliga 2012 Qualifikation für die Europa League 2013 FC Bayern München Deutscher Meister 2015-2016 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